Harte, fremde Hände sollen über mich fahren, Wie Pflüge und deine Wurzeln zerreißen. Ich will meinen Körper einreiben, Mit fremdem Schweiß, wie mit einer beizenden Salbe, Daß alle Poren vergessen, wie du riechst. Haare ohne Namen sollen auf meiner Haut liegen, Wie Tannennadeln auf dem Waldboden, Andere Lippen, die Augen küssen, die für dich weinen. Und meine Seele, die dich sucht, So natürlich wie ein Vogel abends über das Meer fliegt, Verliert die Richtung und kommt nie wieder an Land. Da ist ein Mensch verlassen worden. Dieses Wut-und-Schmerzgedicht bringt zunächst unmissverständlich zum Ausdruck, Daß da auch ein Körper, der Zärtlichkeit und Erotik gewöhnt ist, verlassen wurde. Harte, fremde Hände sollen über mich fahren wie Pflüge und deine Wurzeln zerreißen. Die vertraute Erotik hat Wurzeln im Körper hinterlassen, Und diese körperliche Erinnerung soll durch harte, seelisch teilnahmslose Erotik Mit einem Fremden gewissermaßen übertönt werden. Ich will meinen Körper einreiben mit fremdem Schweiß, Wie mit einer beizenden Salbe, daß alle Poren vergessen, wie du riechst. Das ist eine Variante derselben Aussage. Fremde Hände und fremder Schweiß sollen den Phantomschmerz des Körpers, Der sich nach dem geliebten anderen Körper verzehrt, verschwinden lassen. Haare ohne Namen sollen auf meiner Haut liegen, wie Tannennadeln auf dem Waldboden. Eine Metonymie, denn natürlich sind nicht die Haare ohne Namen, Sondern der Name der Person, der sie gehören, ist unbekannt. Tannennadeln werden wohl wegen ihrer kratzigen Härte zum Vergleich herangezogen. Andere Lippen, die Augen küssen, die für dich weinen Das Für ist wohl nur ein verkürztes Deinetwegen, weshalb diese Augen weinen. Lippen, die Augen küssen, passen allerdings nicht zu der rauen Erotik, Mit der sich die verlassene Person betäuben will. Das mag ein Hinweis darauf sein, daß es sich ohnehin nur um eine Fantasie handelt, Die vor allem das Sich-Verzehren des Körpers zum Ausdruck bringen soll, Aber eben lieber in einem Ton der Wut als unter Tränen. Es klingt auch danach, als wenn der Person in Wirklichkeit doch nicht der Sinn nach Sex mit einem Fremden steht. Es ist eine Art hilfloser Rache-Fantasie, ganz ähnlich wie in Sarah Kirschs dreistufige Drohung. Und meine Seele, die dich sucht, so natürlich wie ein Vogel abends über das Meer fliegt, Verliert die Richtung und kommt nie wieder an Land. Diese zweite Strophe ist nicht als Folge davon zu verstehen, wie es wäre, Wenn der in der ersten Strophe genannte Wunsch erfüllt würde. Vielmehr ist es gleichzeitig der Fall. Die Seele ist entwurzelt und sucht wie ein verirrter Vogel nach der verschwundenen Seele desjenigen, Der einen verließ, während der Körper im Gegenteil den anderen immer noch an sich zu tragen scheint, Als Wurzeln an der fühlenden Haut. Die Seele ist entwurzelt und diese Strophe genannte Wunsch erfüllt. Die Seele ist entwurzelt und diese Strophe genannte Wunsch erfüllt.